Rudolf Steiner Mensch und Welt das Wirken des Geistes in der Natur NACHBEMERKUNG zum Bienenvortrag von Herrn Müller-Dornach, 10. November 1923 Dr. Steiner Wie wir gesehen haben, ist es heute schon so spät geworden, dass wir unsere Eurythmistin, die sehr viel zu tun haben, jetzt hier hereinlassen müssen. Ich habe Ihnen schon noch einiges zu sagen, namentlich über diejenigen Dinge, die die fortdauernde Fruchtbarkeit bei der Bienenzucht bewirken. Sie werden vielleicht schon etwas bemerkt haben aus dem, was Ihnen der Herr Müller gesagt hat, dass es mit der künstlichen Zucht von BienenkönigInnen doch eben einen Haken hat. Es ist daher vielleicht doch interessant, gerade solche verständigen Sachen zu besprechen und Herrn Müller zu fragen, ob er außerordentlich viel von dieser KönigInnenzucht hält. Herr Müller antwortet, ja, er hält in gewisser Beziehung viel davon. Überlässt man das Volk sich selbst, kümmert sich nicht darum, kann man erleben, dass das Volk verkümmert. Das Schlechte erhebt sich nach und nach und das Gute geht fehl. Dr. Steiner Seit wann besteht die künstliche Bienenzucht? Herr Müller Sie besteht vielleicht seit 12 bis 15 Jahren. Dr. Steiner Die Sache ist diese und ich werde das nächste Mal davon weitersprechen, dass man die Honigerzeugung, die ganze Arbeit, sogar die Arbeitsfähigkeit der Arbeitsbienenungeheuer vermehren kann durch die künstliche Bienenzucht. Nur, das hat ja schon Herr Müller jetzt bemerkt, darf die Sache nicht zu stark rationell und nicht zu stark geschäftsmäßig gemacht werden. Wir werden dann das nächste Mal ein bisschen tiefer hineinschauen in die Bienenzucht und sehen, dass das, was kurze Zeit eine außerordentlich günstige Maßregel ist, was heute zugrunde liegt, gut erscheinen kann, dass aber in 100 Jahren die ganze Bienenzucht aufhören würde, wenn man nur künstlich gezüchtete Bienen verwenden würde. Wir wollen einmal sehen, wie das, was für eine kurze Zeit etwas außerordentlich günstiges ist, sich so gestalten kann, dass es im Laufe der Zeit dazu führt, dass die ganze Geschichte wieder abgetötet wird. Und wir 131 wollen sehen, wie gerade die Bienenzucht außerordentlich interessant ist, um die ganzen Geheimnisse der Natur kennenzulernen, und namentlich wie das, was sich auf der einen Seite ungeheuer fruchtbar erweist, auf der anderen Seite eben zur Abtötung führt. So können sich die Bienenzüchter zwar außerordentlich freuen über den Aufschwung, den seit kurzer Zeit die Bienenzucht genommen hat, aber diese Freude, die wird keiner 100 Jahre halten. Vielen Dank.